In diesem Video geht es um die besten Party-Selte. Der Qualitätssieger in unserem Party-Zelt-Test geht an das Two-Port Party-Zelt. Ein Komplet-Set aus dem Hause Two-Port. Mit diesem Zelt schaffen Sie den idealen Platz für jede Art von gelegentlicher Feier, ob Familienfest oder Grillabend mit Freunden. Die Dachplanen dieses Zeltes sind aus ca. 240 g pro Quadratmeter Material verarbeitet, eine der besten derzeit erhältlichen Top-Qualitäten für P-Zelte. Profi-Zelt 24 Dachplanen bestehen aus einem Stück ein wichtiges Kriterium für zusätzliche Stabilität. Die Seitenteile dieses Festzeltes sind jeweils zwei Meter breit und verfügen über zusätzliche Windtabweise am Boden und ermöglichen durch ihre spezielle Montageweise eine ideale Selbstklimatisierung des Zeltes. In diesem Markenzelt werden ausschließlich ca. 38 mm starke, vollverzinkte Stahlrohre und Verbinder mit ca. 42 mm Durchmesser verwendet. Bei Toolport erhalten Sie verbolzte Verbindungen, die sicher auch hohen Belastungen standhalten und zugleich einfach zu montieren sind. Im Lieferumfang sind auch Erdnägel und Abspannseile zur sicheren Befestigung am Boden natürlich genauso enthalten wie eine deutsche Montageanleitung. Somit ist der schnelle und einfache Aufbau Ihres Festzeltes schnell ermöglicht. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Däuber-Party-Zelt. Mit dem 18 Quadratmeter großen Festzelt der Marke Däuber sind sie für jede Feierlichkeit bestens ausgestattet. Der Pavillon bietet ausreichend Platz für Ihre Gäste und auch das Buffet oder die Bar finden einen Platz darin. Ob Geburtstage, Familienfeste oder außergewöhnliche Feiern das Partyzelt ist für jeden Anlass perfekt geeignet. Die Stabilität erhält der Pavillon durch die soliden Dachstreben und die robuste Metallkonstruktion. Die acht Ferran-Kerb-Aren-Füße verleihen dem großen Zelt starken Halt. Die Stangen des Festzeltes bestehen aus robusten pulverbeschichteten Stahlrohren mit einem Durchmesser von 38 mm. Die Abdeckung und die Seitenwände sind aus hochwertigem Polyethylen und Wasser abweisend. Das Kopfende verfügt über einen Reißverschluss und kann nach oben aufgerollt und fixiert werden. So können Sie schöne Feste gemeinsam mit Freunden und Familie genießen. Die zwölf Rundbogenfenster sorgen für ausreichend Lichteinfall und lassen das Zelt offener und geräumiger wirken. Zudem dienen diese als schönes Deko-Element. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Partyzelt-Test ist das Nexus-Partizelt. Stecken Sie zuerst das Gestänge des Daches zusammen und legen Sie sich die Stützbeine zurecht. Ziehen Sie nun die Dachplane über das Gestänge und stecken Sie anschließend die Stützbeine zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite ein. Es entsteht ein Pavillon. Je nachdem wie Sie das Zelt nutzen möchten, hängen Sie nun mittels Gummis die Seitenwände ein. Bei Bedarf lässt sich das Festzelt auch komplett verschließen, besonders praktisch bei schlechter Witterung oder über Nacht. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.